Hallo, wie ist dein Name? Raskaschenk. Und wie ist dein Name? Juli. Und wo macht ihr mit? Was habt ihr gerade gemacht? Ich hätte sonst mal bei Diablo Show gemacht haben. Wir haben Hula Hoop gemacht. Ich habe das gesehen, das ist richtig cool gewesen. Ich habe das gesehen mit dem Teil, ich habe das früher in der Schule. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Zwischen zwölf Jahren schon bis jetzt. Und wie alt bist du jetzt? 23, das ist ja fast 24. Boah, dann hast du aber echt... Perfekt, wenn man das so lange übt, dann kann man es haben. Wir üben den Sonnenstich bei unseren Trainern und so. Mit den anderen Disziplinen und auch, ja. Da gibt es auch Kamiontheater zu auftreten und Festen oder so. Cool. Und Juli, wie lange machst du das schon mit deinen Hula Hoops? Äh, auch schon lange. Macht dir das Spaß? Ja. Und wie lange braucht man das dafür, bis man das kann? Da muss man viel Schwung haben. Kommen wir mal zu dir, wie ist dein Name? Ich bin Florian Klotz. Wie lange machst du das denn schon? Ich mache über 20 Jahre. Und ich arbeite, bin ich immer Arbeit. Und wie lange machst du das schon mit diesem Diablos? Seit 22 Jahren. Boah, dann ist klar, dass man das so gut kann. Ja. Hat es dir Spaß gemacht? Das ist sehr... Also das ist sehr gut mit dem. Ich bin damit aufgewachsen. Ja. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Dankeschön. Hallo. Musik Musik